Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde LTS auf dem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Natürlich nochmal vorweg ein großes Dankeschön meinerseits für den ganzen Support unter der Videoreihe. Richtig cool von euch Leute. Wenn ihr heute nochmal einen Daumen, vielleicht sogar einen Kommentar da lassen könntet, wäre ich euch wirklich super, super dankbar. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, der Horror geht weiter. Das Horror-Deck von der Community ist in der letzten Runde der Last Tribe Standing gewesen. Supercooles Deck. Habe ich halt wirklich noch nicht ganz so oft bei Magic gesehen. Schön flavorvoll. Eben auch wirklich ein starkes Deck. Hat auf jeden Fall top performt. Mal gucken, ob ich das heute besiegen kann. Meine Auswahl. Finde ich aber wirklich ganz cool. Ich würde sagen, ein Klassiker. Wir haben eben das Elemental-Deck. Da würde ich sagen, das ist auch wirklich ein sehr starkes, kreaturenbasiertes Tribal-Deck. Das kann auf jeden Fall performen. Aber auch das Vögel-Deck finde ich ziemlich stark. Quasi weiß-blau-Flyer. Das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Hat mir auch ziemlich gut gefallen. Und dann ein Deck. Ich persönlich finde es einfach super cool. Ich wollte ein Spinnen-Tribal-Deck bauen. Ich persönlich mag Spinnen halt super, super gerne. Wollte ich einfach mal bei Magic gezockt haben. Mal schauen, ob das Deck was reißen wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und die Community hat natürlich auch wieder einen kompletten Dreier-Pool. Natürlich nicht nur das Horror-Deck. Diesmal ist eben noch ein Riesendeck mit dabei. Würde ich sagen, das ist auch relativ bekannt bei Magic. Auf jeden Fall ein starker Tribe. Also Riesensinn mit dabei. Unterstützen hier das Horror-Deck. Und dann eben noch ein Shapeshifter-Deck. Auch super cool. Habe ich auch noch nicht ganz so oft in Aktionen gesehen. Also quasi alle Kreaturen-Typen gleichzeitig, könnte man sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Würde ich mal sagen, schauen wir mal, wer heute der Last Tribe Standing sein wird. Viel Spaß! Schön on the play. Mana passt. Wir haben eine 1, eine 2, eine 3. Ja, fehlt nur noch das Spell-Pierce. Ah, das Mass-Remove ist gefährlich. Vögel gegen Horror. Moin! Auf eine gute Runde. Schauen wir mal. Ja, Druck aufbauen. Spell-Pierce-Top-Decken. Oder? Na, ist schon mal unangenehm. Ich wollte gerade sagen, oder Icy hat einfach keinen Ritual of Sud. Das würde es auch etwas besser machen. Einfach drüber fliegen. Mal schauen. Was würde ich da nehmen? Man kann den 2-Drop nehmen. Ja, wahrscheinlich 2-Drop oder Lord, ne? Egal, was man nimmt. Nimmt man den, lege ich das. Nimmt man den, lege ich eh das into das. Der Plan steht. Ja, ein viertes Land ist sogar okay. Wir haben eine 4-Mana-Karte im Deck. Ja, das war's aber. Keine Länder mehr, Rina. Action. Action und Spell-Pierce. Bitte. Das sieht aber nach Removal aus. Ein bisschen. Ah, hier die Sky-Cat ist gar nicht mal so schlecht. Falls wir nichts nachziehen, können wir uns da wenigstens ein paar Kreaturen schrauben extra. Woastrider immer mit dabei. Aber dieses Mal fliege ich einfach drüber. Das ist der Plan. Oh, so 2-Mana, 4-4 fliegen mit einer aktivierten Fähigkeit. Das ist nicht so schlecht, ne? Ich kann noch ein paar Vogelspielsteine gleich machen. Ja, komm, Spell-Pierce. Spell-Pierce und das reicht mir wahrscheinlich. Jetzt nicht das Ritual. Ah, Chupa ist nicht schlecht. Oh-oh. Das wird schon wieder eng für die Vögel. Komm, jetzt was Gutes. Geht. Einmal Bird, bitte. Das wird jetzt aber wirklich hier ein bisschen dünn. Das war's. All in. Die Vögel sind all in. Kommt da noch was? Oh, das wird übel. Wenn die Vögel verlieren, habe ich Elemente und Spinnen. Also Spinnen will ich auf gar keinen Fall dagegen spielen. Werde ich wohl Ele... Achso, nee, muss nicht. Elemente... Könnte klappen. Nein! Ich meine, das ist ein Angriff für elf. Und ich ziehe einen Pump oder einen Lord. Ich ziehe einen Lord oder eine Hymne und dann letzte Chance. Allerletzte Chance. Sobald ich blocke, verliere ich auf jeden Fall. Nein. Oh, und jetzt muss ich auch noch topdecken. Und kein Removal. Und... Oh. Das sieht nicht gut aus. Komm. Okay. Nein! Nein! Soul Shatter. Oh! Ah! Uf! Großes Uf! Boah, good game! Leute, das Horror-Deck. Das Mass-Removal war nicht dabei. Hat locker gereicht. Boah, good game! Ja, ich glaube, Spinnen sind nicht gut genug dagegen. Nicht mal ansatzweise. Muss ich das Elemental-Deck nehmen. Oh-oh. Das ist auf jeden Fall ein Keep on the Play. Schönes Mana. Kurve passt. Aber das Deck ist echt gut geworden. Nochmal Moin. Auf ne gute Runde. Das ist aber wirklich ne schöne Eröffnung so an sich. Komm. Agro-Plan. Und nicht alles wird getötet vom Ritual of Sud. Also das ist in Ordnung. Draufhauen. Komm, Risen Reef. Mhm. Okay. Das ist neu. Die Anzeige. Ist aber ein netter Treffer. Wenn das Riff liegen bleibt. Triple Trigger. Oh. Das könnte schnell und schmerzhaft werden. Vielleicht ist es ein Soul Shatter. Dann ist das Riff kaputt. Dann muss man es jetzt spielen. Auch das wäre in Ordnung für mich. Es ist das Soul Shatter. Jetzt kenne ich das Deck auch mittlerweile. LTS ist immer noch ein Hammer Format, Leute. Ich finde es einfach nur gut. Einfach drauf. Die großen Kreaturen. Dieses Mal ist das machbar. Auch durch das. Vielleicht ist das Elemental Deck doch. Ja. Ich meine es ist einfach ein starkes Deck. Das war jetzt so. Meine Idee dahinter. Ich nehme einfach das starke Deck. Und hoffe es reicht. Komm. Das Horror Deck war lang genug am Start. Top Performance. Jetzt sind die Elementals dran. Ja. Ja. Sauber. Punkt Landung mit dem Chef. Elementals bleiben stehen. Geil. Boah. Ich bin gespannt was kommt. Ah. Das war in Ordnung. Ja. Geht besser. Aber ist okay. Ist kein Mulligan. Mal sehen was jetzt aus der Community kommt. Damnation Hüllen. Mass Removal Tribal zählt aber nicht. Hm. Auf ne gute Runde. Das war ein. Das war ein Top Deck. Shapeshifter? Ah klar. Es gibt ja die Saga. Das sind Shapeshifter. Hm. Wenn jetzt wirklich die Saga kommt. Muss ich direkt den 2-2er Token aus der Saga. Oh. Abschießen. Jetzt muss ich gar nichts machen. Ich glaube ich lege aber trotzdem den Chef. Räum mal auf. Oder auch nicht. Ah. Hier haben wir ja immer noch den ETB Effekt mit den Ländern. Auch hier ist Doppel Landro. Ich glaube es sind Shapeshifter. Es sind Shapeshifter und es wird Shapeshifter angesagt. Geil. Aber noch nie gesehen gefühlt. Land Doppel Lord. Komplett draufhauen. Klingt nach dem Plan, oder? Vier Widerstand. Hätte ich allerdings gerne. Mal eine kleine 6 drücken. Bisschen Druck aufbauen. Nächste Runde hätten wir Kihira Mana. Oder 3 Schaden plus 1 plus 1. 3 Schaden plus 1 plus 1. Erstmal Kihira, so wie es aussieht. Mimic. Zum Glück war die Saga nicht dabei. Das ist so die erste... Oh. Die erste... Oh. Das ist wohl noch besser als Kihira. Ich würde sagen, das ist so die erste Karte, die mir einfällt für ein Shapeshifter-Deck, die richtig stark ist. Das war ein Top-Deck. Mimic. Dann smash alle, würde ich mal sagen. Das Tempo ist auf unserer Seite. Na, block die Lords. Nimm eine 18. Sieht gefährlich aus. Aber was will man machen? Oh, Leute, die Elementals. Das kann nur gut sein. Good game. Dankeschön. Leute, die Elementals bleiben stehen. Das sah sehr souverän aus. Werden die Elementals der Last Tribe Standing? Die Community hat noch ein Deck. Mal schauen. Das ist ein Keep. Ja, mal gucken, ob die Elementals Last Tribe Standing werden. Was hat Dave mitgebracht? Die letzte Chance für die Community. Nochmal Shapeshifter. Wirklich? Das ist ein Zufall. Das ist ein krasser Zufall. Wäre aber auch ganz geil. Chance für die Shapeshifter. Zweite Chance. Eigentlich würde ich hier erst den Lord legen. Aber das sieht so extrem nach Removal aus. Oh. Oder es ist ein Riesendeck. Und das ist der kleinste Riese des Spiels. Es ist ein Riesendeck, glaube ich. Sehr interessant. Sehr interessant. Oh. Das baut jetzt aber auch Druck auf hier. Der Bone Crusher. Hier ein bisschen Kleinzeug. Doppel Lord. Ich habe ja auf jeden Fall was. Okay. Es ist keine Rückrunde. Ich fühle mich so ein bisschen wie der kleine Ritter da in dem Bild. Jetzt. Schon. Der Flavor kommt schon rüber mit dem Bone Crusher. So. Fading Hope. Stampft dir ins Gesicht. Ja. Unangenehm. Okay. Ist da noch ein Bone Crusher dahinter. Was ist das? Die Temporiesen. Oh. Die sprinten richtig. Oh. 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 Da ist doch noch was, oder? Squash. Ja. Geil. Das ist auch wirklich Flavor ohne Ende. Oh. Oh. Das wird wohl ein finales Match. Eventuell spinnen gegen Riesen. Sehr interessant. Ich brauche auf jeden Fall den Lord. Auf jeden Fall. Dann kann ich ja vielleicht ein bisschen blocken. Oh. Acht Leben. Unangenehm. Besonders, wenn die Riesen einen Embercleave in der Hand haben. Ist das Embercleave eigentlich für einen Riesen auch nur so klein? Ist das so ein Zahnstocher eigentlich? Ein Embercleave? Für einen Bone Crusher? Schon, ne? Dann bin ich tot. Irgendwie bin ich tot. Weil jeder Jump-Block ist schlecht. Wenn ich das mache, gehe ich auf 1. Dann bin ich tot. Was, wenn ich die übertriebenste Konterattacke hinkriege? Gehe auf 1. Ja. Ich glaube, es wird ein bisschen eng. Nur so ein bisschen. Ich meine... Ich gehe auf 4. Und verliere 2 Kreaturen. Dann verliere ich wahrscheinlich auch. Ich glaube, egal was ich mache, alles verliert. Ungünstig. Das ist dann wohl... Ah, wobei... Ja, aber... Ne. Da komme ich nicht mehr raus. Ne. 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 Ich kann ja auch nur... Drei Blocken. Angriff. Ich gehe auf 1. Einer kommt durch. Keine Chance. Plattgemacht. Plattgestampft. Nicht schlecht. Ne. Exile Top 2. Dann bin ich noch nicht tot. Noch nicht garantiert. Machen wir... Plus 1, plus 1. Legen Land. Schön, den Instance Speed hier den Pump rausgeholt. Dann kann ich so machen. Ja, aber ist immer noch nicht... Oh, wein. Ich würde den so gerne totblocken, aber... Ist alles nicht so geil. Ich mach mal so. Ja, vielleicht ist da ja noch ein Boncrusher dahinter. Oder hier die Glimpse. Hat noch eine Runde überlebt. Aber das wird nichts mehr. Ja, die Spinnen. Die Spinnen müssen das reißen. Ja, ich hoffe, die Spinnen sind groß genug für die Riesen. Da werde ich mich nicht mehr rausmogeln können. Oh. Good Game. Kroxa ist ein Riese. Good Game, Dave. Uh, Kroxa ist auch ein Riese. Ja, dann das Spinnendeck. Mal gucken. Das wird interessant. Ich hoffe, ich ziele. Ja, dann ist das okay. Komm, keep. Spinnen gegen Riesen. Moin, Dave. Letztes Spiel entscheidet. Jetzt bin ich mir wirklich mal gespannt. Einmal Spinnen, bitte. Und Länder, bitte, Rina. Bitte, bitte. Länder sind das Wichtigste. Es ist sogar ein blaues Mana. Das ist auf jeden Fall okay. Komm, 1, 4. Kann nicht... Boah, Hexproof Blau. Kann nicht von Fading Hope getroffen werden. Die ultimative Verteidigung. Dann Squash für... Okay. Das ist ziemlich gut, ne? Mit dem 1, 1. Der kleinste Riese des Spiels. Der kleinste Riese der Welt. Und dann zwei Mana. Deal 6. Joa. Joa. Dann, ja. Hm. Ist okay. Dann würde ich erst mal so machen. Was sagt Dave denn dazu? Hm. Komm, die Spinnen stabilisieren sich. Das wäre das Geilste. Spinnen als Last Tribe Standing. Nächste Runde Rasta. Oh, schlecht ist was anderes. Trotzdem Rasta. Ich hoffe, Dave hat noch ein paar Zauber auf der Hand. Ich hätte gerne noch ein paar Spinnen. Schönen 4, 6. Jeder Spontanzauber oder Hexerei gibt uns nochmal eine Spinne. Na, immerhin. Boah, dieses Squash. Wie gut dieses Squash einfach ist. Unfassbar. Ich würde Doppelblocken, bevor der noch irgendwie mehr Action macht, oder? Oh. Wenn der gestompt wird. Oh, das ist richtig unangenehm. Ah, Dave hat schon viermal Interaktion gehabt. Viermal. Boah, boah. Hm, hm. Ich hau auch drauf. Boah, Top Deck Land wäre so ultra gut. Mit Blacks und dem Mimic. Ich meine, ich könnte Search for Blacks spielen. Ich könnte es aber auch sein lassen. Einfach noch eine Spinne legen. Ich lege einfach noch eine Spinne, glaube ich. Ich brauche hier mehr Verteidigung. Gleich Angriff. Alle. Wie viel Schaden machst du? Wie viel Schaden machst du? Drei verdoppelt. Sechs. Wenn der Angreif kriege ich zwölf Schaden. Ist das richtig? Block drei. Oh nein. Ich bin zwei Damage short. Ernsthaft? Ah, ich kann Blacks legen und mir die Lebenspunkte holen. Trotz Angriff. Oh, Angriff alle. Ja, Angriff alle, ne? Oh, Calamity Bearer. Doppelt. Ja, ich glaube, es ist Angriff alle. Nee, Moment. Dann machen die einen guten... Jeder tötet halt einen, ne? Oh, wie komme ich denn jetzt da raus? Double Damage. Hier könnte ich mir drei Insekten machen, aber das ist auch... Obwohl, drei Insekten. Der greift an. Ich muss halt irgendwie den Blacks töten, ne? So gesehen. Dann habe ich aber den... Ich meine, der Blacks kann... Nee, der kann nicht blocken. Das Ding macht einfach zwölf Schaden, wenn es angreift. Ja, Blacks greift an. Lass durch. Replay... Blacks? Wahrscheinlich Angriff C. Ja, Dave, ich weiß. Angriff C. Replay Blacks wahrscheinlich. Ich meine, er könnte auch beide angreifen. Wenn der stirbt, ist ja egal. Täusche ich irgendeinen Trick an. Ja, ich glaube, das ist am besten. Oh, 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 oh. Okay, er blockt den Blacks. Okay, Dave geht auf vier. Auf vier ist ja jetzt schon wieder eine ganz andere Geschichte. Und ich überlebe die zwölf vom Angriff. Ich muss aber alles blocken. Dann ist die Konterattacke ein bisschen schwarzen. Oh nein, wie viel... Oh, das macht nur zwei. Zum Glück ist das keine... ...Riesenquelle. Ich bin auf eins. Ich bin auf eins. Ich bin auf eins. Theoretisch bin ich auf eins. Jetzt keine Panik. Dave ist auch auf ein... Oh, Angriff. Ah, ich komme da nicht raus, oder? Oh, die Blocks sind auch so ultra schlecht. Ich muss den halt töten. Warum haben alle nur drei Widerstand bei mir? Unangenehm. Hätte ich die behalten sollen? Für... Schwer zu sagen. Jetzt ist es auf jeden Fall zu spät. Ne, Moment. Wenn ich den Blacks... Er wird scheinbar... Die machen alle eine Million Schaden. Ich muss leider... Oh nein. Und dann verliere ich doch, oder? Boah, die Riesen werden Last Tribe Standing, glaube ich. Oder was könnte ich denn ziehen? Oder... Ne, die ist ja zu sch... Ohne Blacks ist sie zu schwach. Selbst... Doch, Top Deck Removal. Top Deck Removal. Ich kann... Doch, ich kann einen Block erzwingen hier. Und dann muss ich aber blocken und verli... Ah, Moment. Ah, sie ist dann leider einen zu schwach. Da muss ich... Ah, ne, er macht ja auch Double Damage. Ja, ich muss einfach angreifen, aber... Ja, jetzt kann Dave wieder angreifen. Dave greift nicht an. Dave greift nicht an. Oh, das war ziemlich gut für uns. Oh, das geht so hin und her. Ja, kann ich mich doch noch rausmuggeln. Spider. Lethal on board. Komm. Spinn Last Tribe Standing. Komm. Komm. Okay, noch nicht... Immer noch nicht lethal on board. Das gibt's doch nicht. Wenn ich... Wenn ich sie opfer, kriege ich... Acht, ne? Acht ist der Counter. Das muss reichen, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder. Leute, oder. Ja. Ja. Komm, die Spider muss das jetzt reißen. Stimmt. Sie zählt sich selber sogar noch mit 9-1-1er. Komm. Das macht ja immer nur zwei Schaden, die Bone Crusher. Komm. Yes. Moment. Schock. Nein! Nein! Good Game. Cycling Summoner. Ich... Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Good Game an Dave. Die Riesen sind der Last Tribe Standing. Die armen Spinnen. Unfassbar. Unfassbar. Viel zu geil. Viel zu geil. Die Riesen sind die Riesen sind die Riesen. Untertitelung des ZDF, 2020